Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß. Oh Kacke. Kind of looks like duck, don't he? It's just a kid. What the hell happened to him? Ain't nothing on him. Guess he must have been hiding out up here. Starved to death. Jesus Christ. I don't know if I can, Lee. Couldn't do it before. Can't do it now. I can't ask you to do this, Matt. I'll take care of it. Like I did before. Are you sure? I guess we'll find out. This must have been where he slept. What a way to live. What a way to die. Just ran out of food. Like we almost did. Like we still might. All empty. He probably died of dehydration before he starved. Damn. Poor kid must have tried to hide out up here until he starved to death. This could have been Clementine if I hadn't found her when I did. I'm sorry. I'm sorry. What's up? Alter, Faraheim. Ich werde es beziehen. Alter, Faraheim. Alter, Farahim. Alter, Farahim. Alter, Farahim. Alter, Farahim. Alter, Farahim. Alter, Farahim. Oh, man. Oh, man. Ist doch einfach an Deodorierung oder verhungern gestorben ist, ey. Das ist unglaublich. Unglaublich. Aber er ist jetzt bei seinem Hund wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kenny? Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Was ist all die Ruckus? Lee sah jemanden uns von der Garten. Was? Wer? Ich kann nicht sicher sein. Sie sind weg, bevor ich ein guter Blick habe. Ich mag das ein bisschen. Nicht ein bisschen. Ich auch nicht. Walken sind ein Ding. Aber die Idee von jemanden da draußen, die uns zu spüren. Okay, das ist es. Wir sind hier lange genug. Es ist Zeit, um zurück zu gehen. Zeit, um nach dem Wasser zu finden und uns ein Boot zu finden. Ich weiß nicht, ob Omeid ist gut genug, um zu gehen. Aber er sollte bereit sein, weil ich jetzt nach River Street gehe, um ein Boot zu finden. Und als sie bereit ist, wir gehen. Wir haben nur die Haus zu verabschieden. Wir haben nicht wirklich den Ort. Wir haben es nicht in Essen, Wasser, Meds, Ammo. Wir müssen sicher, dass nichts hier hier wir können, bevor wir gehen. Du schaust es, wenn du willst. Ich bin fertig mit der Haus. Wir kamen in der Stadt zu finden, um ein Boot zu finden, und das ist nur was ich, was ich machen. Vielleicht ist es nicht so schlecht, um den Ort zu verabschieden. Ich habe gesagt, ich bin fertig mit der Haus. Okay. We can do both. Ben, you take one last look around the place. Grab anything that looks useful, while me and Kenny go down to the river to get us a boat. Wait, can't I come? My mom and dad can't be far now. Maybe we can look for them on the way to the river. Clem, honey, I think it'd be best if you stayed here with Ben. I need you to watch out for Omid and Krista. Help them get ready to move out. You said I'm supposed to always stay close to you. I know it. It's just this once. Sometimes we all have to put aside what we want for the good of the group. Hey, don't worry. I'll be back before you know it, okay? Okay. Daylight's burning. Gonna go grab my gear, then we'll head out. Come on, Clem. Let's go see if Omid needs anything. So, you're just gonna leave me on the bench here? That's not how it is, Ben. I need you to stay here and keep an eye on Clementine. I can do that. Well, just so we're clear. While I'm gone, anything or anyone tries to get inside this house, you shoot them. Don't even think twice about it. Understand? I got no problem shooting walkers. Did you hear what I said? Anything or anyone? I got no problem shooting walkers. I got no problem shooting walkers. Good. Naja. Naja. Man, Kenny ist halt irgendwie... Ach, Mann. Der dreht ein bisschen am Rad momentan. Wir müssen ihn mal irgendwie ein bisschen beruhigen oder so ein bisschen ablenken, dass der mal wieder einen klaren Kopf bekommt, so. Das wäre besser. Nicht schon wieder. Der dreht ein bisschen ablenken. I don't know, but the person ringing that bell might be doing us a favor. Whatever, man. I find whoever's doing that, I'll ring their motherfucking bell for them. Good one. Hahaha. Der ist gut. Let's keep moving. Der ist echt gut. Still nothing moving behind us. I think we're... Oh, my God. There's gotta be a boat. There's gotta be. Are you sure about that? Doesn't look like it to me. Maybe we need to start thinking about a plan B. This is the plan. It's the only one we've got. And you pissing on it in front of everyone like you did back at the house? Ain't exactly helping. Well, screw you. I ain't giving up that easy. Man, wir haben doch immer versucht, auf deiner Seite zu sein, Kenny. This one might still be salvageable. You better be right about this. I said it might be. Give me a fucking break. I'm a fishing captain, not a miracle worker. I'll check it out. You look further along the waterfront. Maybe there's something at the other end. I don't think we should split up too far. We don't have to. See that telescope? You can see all the way along the waterfront from right here. See what you can find. Okay. Oh Kenny, ey. Er ist halt... Ich mein, gut, er ist ein bisschen am Arsch, sag ich mal. Dadurch, dass er seine komplette Familie hier so gesehen verloren hat. Aber... Ich weiß nicht. Er dreht halt zu sehr am Rad, finde ich. Also ein bisschen zu sehr. Benutzen. Benutzen. Mano. Nicht hier lang? Wie weit kann ich hier weggehen? Okay. Warum müssen die Oberen denn wirklich zugenagelt sein? Theoretisch ja nein, oder? Ja, doch wegen Licht. Oder so, oder? Obwohl die Walker sehen das ja. Ja gut. Vielleicht. Vielleicht. Oder was hat er gesagt? Das ist ein altes Geldregister. Das ist ein altes Geldregister. Das ist so viel zu benutzen. Okay. Was ist denn diese Markungen? Die sind überall überall. Stimmt. Ich habe auch schon öfter gesehen. Da sind mal Beißer. Oi, 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 oi. What the fuck? What is this meant to be? Nee, warum drauf schießen? Ist doch unnötig. Die hängen doch eh schon rum. Die kommen da auch, glaube ich, nicht raus. Also von daher können wir die ignorieren, würde ich meinen. Toll. Oh, warte. Verdammt. Bist du solid. Kenny, hast du vielleicht ein Viertel Dollar? Na klar. Na klar. Ja. So. Entschuldigung. Fuck. What's up with the boat? It ain't gonna work. Hulls cracked beneath the waterline, plus someone stripped out the battery. You can't fix it? What the... What the hell is that? A fate worse than death. No sign of any boats down there. Plenty of ducks. No boats. Da ist noch eins. Ha. Nothing but water. Not a boat to be seen. What the hell? Yo, er kennt sich. Get down. Get down. Why the hell are we hiding? Someone came down from that building at the end of the street. Where'd he go? Saw him run into that newsstand. Could be our bell ringer. How about we go find out? We didn't come here looking for trouble. Yeah, well it seems to have a way of finding us anyways. Look, this could be the guy from the radio. The one who's been messing with us. If he is, we can put an end to it. Right now. Okay, you head up the middle of the street. I'll go around the side, cover your flank. We'll come up on him quiet, take him by surprise. We just want to talk to this guy. Oh, we're gonna talk. We're going. We're going. We're going. You know, we're going to talk to this guy. What did we want to talk to this guy? Ich hab doch... Ich kann gar nicht so schnell reagieren. Nein! Clem? Bitte, nicht ihn schütze! Du bist nicht von Crawford. Crawford? Was bist du denn? Das war dumm. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Sie sind wirklich nicht von Crawford, sind Sie? Ich weiß gar nicht, was das ist. Alles außerhalb dieser Barricade. Was ist hier passiert? Sie sicher, Sie wollen wissen? Ja. Als alles angefangen zu gehen, ein paar Leute zusammengekommen und das ganze Wohnzimmer entfernt. Leute, die bereit zu tun, was zu bleiben, zu bleiben. Die Menschen bleiben, die Menschen bleiben. Ich versuche sie zu vermeiden. Warum? Wir sagen, sie haben eine Zerotoleranz-Policy für jemanden, die nicht oder nicht leben, über ihre Regeln. Wie wissen Sie, wir nicht sie sind? Weil es keine Kinder in Crawford gibt. Nicht mehr. Oh, was? Was bedeutet, keine Kinder? Warum nicht? Keine Kinder, keine Kinder, keine Kinder, keiner mit einer Medikamenten-Policy. Keine, keiner, keiner, die auf die Gemeinde sein kann. Crawford ist alles über die Überlegung des Fittesten. Das ist wie sie überlegte. Oh. Was? Nein. Ja. Werden, der sich sehr schmerzt hat, werden, 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 werden. werden, 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 So Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet ihr den Part. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder haut rein.